Gute Weh, hier ist wieder euer Drani und willkommen zu einer weiteren BG Commentary. Wir sind hier auf dem Spinnings Gipfel und schauen einfach mal, ob wir schneller die Flaggen sammeln können. Also mehr Flaggen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Okay, die haben zwei Heiler, wir ebenfalls. Schauen wir doch mal, wie das wird. Wer holt sich den Bersi? Ne, der Paladin nicht. Der Deakir holt sich den Bersi. Gut, wie erwartet. Wir gehen nicht in den Zerg. Okay, machen wir dich mal langsam. Genau. Auf den Deakir. Der muss dann erstmal seine Dev-Cities raushauen. Ne, muss er nicht. Totem der Erinnerung ist weg. Schau mal, kriegt ein Stun. Erdstoß ist auch weg. Stun-Totem bin ich eigentlich der Meinung, dass ich raus war. Stun. Familienline. Ne. Oh, knapp. Wir helfen mal unseren beiden unseren Heiler hier. Der wechselt einen Stun. Pali hat Bubble. So, und der geht dann jetzt auf den Paladin, weil ohne Bubble kann er nicht viel machen. Da ist er auch tot. Nice. Da ist der erste tot, der zweite tot. Ich schau mich mal selber. Dich dispellen wir. Master Spill? Okay. Wahrscheinlich mit dem Bob dann. Wir bleiben am Decay. Du kriegst mal Freedom. Du wirst geslowed. Du kriegst den Stun auch. Genau, du hast nämlich nichts mehr und du solltest auch sterben. Na, geht doch. So, mal dran. Schubsen müsste er noch. So. So, wo ist das? Oh, ist das ein Tank? Ich habe eben Osram gelesen. Ah, hier steht er. Oswam. Na, das ist wahrscheinlich eh nicht richtig. Wer nennt sich denn so? Ja, da ist der nicht so. Aber Osram habe ich erst mal gelesen. Okay. Jetzt schauen wir, wer kriegt den Stun. Ah, das ist ja gar kein. Hey, wo ist er denn? Drückt er im Down. Na, hier ist er. Du bleibst schön hier, mein Freund. Na gut, hinten drin ist ein Heiler. Da geht der von alles ab. So, Stun. Wings. Schauen wir es down. So, Pferd. Freedom. Pferdchen. Er ist geslowed. Er kann also nicht abbauen. Oh, jetzt hat er nichts mehr. Nichts mehr. Keine Heilung. Nice. Jetzt muss es nur noch gleich 1-0 stehen. Ja, hier sind wir noch auf dem Weg. Mist. Inline. Oh, schau. Schau mir. Mist. Haben wir es nicht mehr geschafft. Schade. So kurz davor. Arme Priest hat richtig durchheilen müssen. Achso, ich wollte gerade sagen. Damage habe ich so ein bisschen an zweiter Stelle in der Heilung. Wäre ein bisschen viel. Das nehmen wir gleich mal weg. Damit wenn sie da sind, sind wir nicht einfach spawnen. Ah, er geht mit. Okay. Oh, die Heiler sind gar nicht da. Er hat keinen Heiler. Nice. Arschlecken, mein Freund. Leute, macht das Tod hinweg. Ah, hallo, anderer Schami. Tschüss. Inline. Genau, zerfetzt sie. Der Osraben. Der Osraben hat wieder in die Flagge. Der Osraben. Just worry. Genau. Fuck. Bleibst hier. Das bringt nichts bis zum Tank. Zum Tank. Mal zu ihm hinter. Ich glaube, wir helfen erst mal. Bis dann. Erst mal helfen. So. Bisschen wieder Heiler hier. Gut, okay. Dann spiel du da mal ein bisschen. Ah, genau. Nice. Down. So, jetzt müssen wir aber definitiv angreifen. Also, ich wollte gerade sagen, wir hatten da 5 HK bekommen. Wir haben einen Tank mit Flagge. So, Bersi. Blub. Sind schon einer da? Oh ja, da sind schon 3 da. Was hängt gerade an der Maus? Ich kann aber durchreiten. So, ein Heiler ist. Nur ein Heiler ist da. Gut. 3, 2, 1, Stun. Wings. Wake of Ashes. Einfach erschlagen. Nicht Backpedal. Inline. Das war's aber dann jetzt auch. So. Aber wir fielen 1-0. Schön. So gefällt mir das. So. Schon wieder der Osram. Der Osram. Was hatten wir eigentlich eben abbekommen? Oh, 72k. Oh, nett. Kann man mal machen. Oh, nev, nett. Oh, man, ich hab weg. Das ist schon wieder der FC. Es ging aber schnell. All of Comet. Danke. Und Stacks hat er noch einen. Earth Group ist weg. Bleibst hier. Da ist er noch mal. Bleibst hier, Freund. Du bleibst hier. Nice. Da geht er wieder down. Stun mal dich. Stun mal dich. Nächster. Okay, das war ja. Und hier. Das ist mir die Bubble wert. Äh, Wings wert hier. Oh, weg ist so. Oh, ja. Tschüss. Okay, der Worry ist raus. Lol. Oh, mach mit. Jetzt hab ich ein Problem. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Was? Wie hat denn der mich gecrypt? Das ist geil. So, mittlerweile steht hier auch 2-0, wenn ich das richtig sehe. Ich seh grad, ich hab einen Buff vergessen mir zu geben. So, ah, der Tank ist raus. Ich erheb. Tja, dann wird es natürlich jetzt noch schwerer für die. Okay. Und, 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 nice. Thomas. Guten Tag. Ich lobe Vengeance. Oh, das ist natürlich sehr nett. Danke. Ich hab leider nix Großes noch für dich. Jetzt hätte ich dir das gegeben. Bam. Oh, ist absolut. Ja. War eine sehr schöne Runde. Ich sag mir viel, viel Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und, wenn du es nicht längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss.